Was ist denn Schnauss, Alter? Könnte das nicht echt sein, dass meine Haare dann anfangen zu brennen? Weiß nicht, lass ausprobieren. Ich mach doch jetzt Vlogs. Mhm, da sind mich nur dran gewollt. Ja. Was soll ich da als erstes sagen? Dass du mich liebst. So, mach jetzt. Wie soll ich den Leuten denn jetzt sagen, dass jetzt Vlogs kommen? Dass du Neuigkeiten für sie hast? Sagst du, ich hab Neuigkeiten für euch. Okay. Freunde, ich habe Neuigkeiten. So fängt man keinen Vlog an. Jetzt sag doch mal was Anständiges. Hallo Freunde. Hallo Freunde. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, das ist eine scheiß Anmoderation. Let's doch bitte. Nein, jetzt reicht es. Das wird eine geile Zeit, Freunde. Ich hoffe, ihr begleitet mich mit auf dieser Reise. In meinem Leben passiert eine Menge crazy stuff. Und es ist vor allen Dingen real. Und vor allen Dingen ist es real. Ihr seht es schon an dem... Und vor allen Dingen ist es real. Ja, voll real. Ja, voll real. Du warst mal wieder auf den Reinsatz. Alter, Mann. Ich will doch wenigstens den ersten Vlogs erklären, Mann. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu meinem Leben. War krass, oder? Nee. War mega krass. Ich dachte aber, die Vlogs werden gar keine Anmod und Abbot mehr haben. Lass mich den ersten... Hübsche. Wir haben einen Panzer. Ich bin einfach ganz locker, Eike. Sag mal, wie du das gerade gemacht hast mit dem Locker-Film. Ihr könnt euch schwer an die Augen zu halten, falls da irgendwas passieren sollte. Wer dran ist, darf entscheiden, was wir heute Abend machen. Ich bin schon ein paar Jahren. Hübsche. Timmel. Hey. Hey. Wie filmst du? Hättest du schon mit meinem Gesicht? Hey. Die Aufnahme wurde auch nichts. Den sehe ich doch von hier. Der hat gut gezwiebeln. Können wir nicht nachher in den Club gehen? Hast du noch deinen Staubsauger, der erklärt? Ja klar. Lass ihn mal kämpfen. Können wir den mit irgendwas pimpen? So alleine? Der setzt dann da rum. Du schneidest dir die komplett vom Boden ab. Die Dinger, wir ruhen später noch die Feuerwehr. Ich seh das schon. Ich weiß noch nicht, was da rauskommt, ne? Nichts Gutes. Ich fahre hier an so ne Jacke. Hannes, wie meinst du als 5-jährigen Panzer? Ganz viel Wässern und Feuer. Tata, was sagst du zu denen? Panzerbaut. Das Lachen, das höhnliche Lachen hier. Wie weit schießen die? Ja, bis zu dir in deine Gesichter. Bremst du eigentlich den ganzen Tag? Ich hoffe, also wenn der Zahn aufgeht bei mir, dann... Dann bremst du hier alles. Was ist das denn? Ich bin in die Gesichter. In der Südkirche? Oh Gott! Aahhh! Aahhh! Ja, der Gewinn aber relativ klar. Also nicht jetzt, aber wir können uns das nicht mehr drauf vorbereiten. War das geil? So, kurze Prognose, und zwar will man jetzt gerade einkaufen und sie fragt mich wirklich jedes Mal, ob ich was will. Und ich sag dann immer nein. Und sie fragt wirklich bestimmt fünf bis sechs Mal, willst du nicht noch was, dies, das und schlägt mir Sachen vor. Ich sag so, nein, das geht doch einfach einkaufen! Meine Prognose ist, nachdem ich ihr jetzt vier Mal insgesamt gesagt habe, ich möchte nichts, setzt sie sich gleich definitiv wieder hier in dieses Auto und hat irgendwas für mich. Ist süß, ja, aber ich mag wirklich, ich möchte gerade echt gar nichts. Der Hedem. Ich hab dir was mitgebracht. Und was sollst du nichts machen? Ich hab dir noch ne Bubblescheen. Komm, ey. Dankeschön. Können wir? Ich möchte gerne inhalieren. Aua, was machst du denn? Was machst du denn, ist die Frage? Inhalieren. Brauchst du Tempos? Ne, ich weiß nicht, ich glaube... Aua! Hier. Biuiuiuiuiu. Boah! Hast du da gewürzt, Alter? Emotionaler Moment. Der Marc verabschiedet sich von seinem langjährigen Begleiter auf seinem Laptop. Ja, aber ganz schön. Ganz große Sachen wurden damit schon bewegt. Videos, die die ganze Youtube bewegt haben. Videos fürs Fernsehen. Mein Buch wurde damit geschrieben. Werbespot. Pornos geguckt. Auch das... Was? Hey! Kein Feuer! Oh! Oh! Tacke! 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 Ah! 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 Alter Schatz, wenn mir das in die Haare geht, dass jemand steh ich in Flammen! Könnte das nicht echt sein, dass meine Haare dann anfangen zu brennen? Ich weiß nicht, lass ausprobieren! Alter! Maren, wie soll es nicht funktionieren? Scheiße! Hier stinken alles in den Haaren! Alter, meine ganzen Hand Haare sind... Echt jetzt? Ja, es riecht mal, es stinkt richtig! Jetzt guck mal... Oh mein Gott! Ah! So, der Marc möchte euch was präsentieren! Fällt euch was auf? Schreibt's mal in die Kommentare! Ja, wow, wenn du so hart rangehst! Du siehst aus wie ein Hong! Oh! Echt, ich siehst eigentlich... Mustache, Mann! Was hast du vor? Was ist das los? Was ist das für ein Schnauze, Alter? Wow! Neuer Style! Finde ich geil! Ja! Kann ich mitmachen? Ja! Geil! Der Hannes hat mir ein Geburtstagsgeschenk gemacht! Das ist da drinnen! Hier ist seine Adresse! Kommt gerne alle vorbei! Übrigens hatte ich schon vor einem Monat Geburtstag! Ja, ich hab die bescheuesten Bilder rausgesucht, die wir haben! Einschlafenden Hannes, ey! Das ist vor allem auch richtig random! Bei dem einen bin ich im Döhler-Laden eingeschlafen! Die anderen halt einfach in Amsterdam auftreten! Da haben wir einen Huhn gefangen! Klassisch! Na ja, normalerweise so! Wie geht's? Das kann man dir nicht zeigen, Alter! Also, ich beschreib mal kurz, was ich hier drauf seh, als ich es nicht eh schon eingeblendet habe! Das sind ich, der Thumbnail ist! Ganz einfach! Wir sehen einen nackten Markus! Warum? Man fragt sich, wie ist in diesem Bild passiert? Wir würden nach dem Sex! Dankeschön! Ist mein Baby krank? Ist mein Baby krank? Ist mein Baby krank? Ich kriege keine Luft! Weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen einen neuen Sex, Dave! Soll ich machen? Soll ich machen? Einfach so? Oh! Die Lacher stehen!